Die Gebrüder Grimm waren Jakob Grimm und Wilhelm Grimm, zwei deutsche Brüder, die vor allem für ihre Arbeit als Sammler und Herausgeber von Volksmärchen und Legenden bekannt sind. Sie haben eine bedeutende Rolle bei der Bewahrung der deutschen Volkskultur gespielt. Auch gelten sie als Mitbegründer der Germanistik. Jakob Grimm wurde am 4. Januar 1785 in Hanau geboren. Wilhelm wurde ein Jahr später am 24. Februar dort geboren. Er heiratete Dortchen Wild und bekam mit ihr drei Kinder. Jakob blieb unverheiratet und kinderlos. Er wohnte bei seinem Bruder. 1859 starb er im Alter von 73 Jahren an einer Infektion. Vier Jahre später starb Wilhelm mit 78 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Die Brüder Grimm haben zahlreiche Volksmärchen gesammelt und veröffentlicht, darunter bekannte Geschichten wie Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Schneewittchen und Aschenputtel. Ihre Märchensammlung Kinder und Hausmärchen wurde erstmals 1812 veröffentlicht und ist bis heute eine der bekanntesten und meistverbreiteten Märchensammlungen weltweit. Neben ihrer Arbeit als Märchensammler haben die Brüder Grimm auch bedeutende Beiträge zur Sprachwissenschaft geleistet, insbesondere durch ihr Werk Deutsches Wörterbuch, das eine umfassende Sammlung und Erklärung deutscher Wörter und ihrer Bedeutungen darstellt. Insgesamt haben die Gebrüder Grimm einen enormen Einfluss auf die deutsche Kultur und Literatur ausgeübt und sind bis heute als wichtige Persönlichkeiten in der deutschen Geschichte und Kulturgeschichte bekannt, weshalb sie unter anderem auf Briefmarken und Geldscheinen dargestellt wurden. Untertitelung des ZDF, 2020